Früher, kleiner Leak, früher war Schalke meine zweite Lieblingsmannschaft, weil ich ja Nürnberger Junge war und ich daraus so gelernt habe, dass Nürnberg und Schalke eine Fanfreundschaft hat. Schalke und der FCN! Schalke und der FCN! Ja, weiß ich doch alles, Jungs. Und weil du schon alle Texte kannst und auch emotional bist, hole ich dich im Sommer persönlich ab und fahre dich zum Medizincheck. Sommer zu Schalke, here we go. Max, danke für den Zehner. Ey, es ist so lustig. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Account war, aber es gab mal auf Twitter, hat sich irgendeiner von Schalke oder Schalke selber sich dazu geäußert und gesagt, nein, Niklas Sommer wächst nicht zu Schalke 04. Und ich denke mir so, hä, woher kam denn vom offiziellen Sky-Journalisten? Das war Dirk, großen Schlammann. Ey, geil, 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 so geil. Und ich bin so, hä, woher kam denn vom Offizier? Bis zum nächsten Mal.